Die Regionalliga Westen. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Es ist Sven Kreyer, der jetzt gleich hier anstoßen wird für Oberhausen. Von links nach rechts spielen die in Durchgang 1. In Rot und Weiß. Die Gäste aus Oberhausen. Die Alemannia im Karnevalstrikot probiert heute für viele jäcke Gesichter zu sorgen in der Kaiserstadt. Jetzt fangen sie aber ganz an zu zaubern. Backert. Vorteil. Pagliuca. Da fehlt ein bisschen die Unterstützung. Jetzt hat er wieder Backert. Man kann auch irgendwo das Selbstbewusstsein sehen, wenn man dann schon anfängt mit Hackespitze. 1, 2, 3. So. Die erste Torchance. Das erste Tor. Keine sieben Minuten gespielt. Alemannia Aachenfürth. Nils Winter. Die Alemannia unglaublich präsent von Beginn an. Und hier fängt es an mit dem Glombo. Der Ball zu lockerlässig. Und dann ist auch niemand da in der Nähe bei Winter. Der hat nicht mal eine Begleitperson. Stoppelkamp kann nichts machen. Und Winter, der hat den Weg frei. Einmal bitte ein Tor schießen. Das ist quasi die Einladung von RWO. Und schon steht es eben 0 zu 1. Montag hat Platz. Vier potenzielle Anspielstationen in Strafraum. Neil Gjombo. Stoppelkamp. Ball ist weg. Kann man selber schießen. Moritz Stoppelkamp. Ein perfekter Freistoßschütze mit einem nicht ganz perfekten Freistoß. Nur drei Mann Mauer. Anton Heinz. Es gibt einen Karnevalsprinz und einen Freistoß-Kaiser in Aachen. Und das ist wunderbar, Anton Heinz. 2-0 alle Mann hier Aachen. Und was soll man sagen, außer natürlich. In der Kaiserstadt regiert nur einer. Nicht der Karnevalsprinz, sondern Kaiser Freistoß, Anton der Erste. Ich glaube, der war abgefälscht. Mit Wucht. Ja, leicht vom Rücken von der Zürk. Und Benz mit der Kralle. Krallt hat ran am Ball. Aber er kratzt nur. Und er fischt nicht. Und so zoppelt der Ball im Netz. Öztürk fällt stehen. Ganz bis ab für Benz. Von jetzt. Der wäre zwei, drei Meter vorbei gegangen. Es wäre das siebte Spiel in Folge. Ohne Niederlage. Generell gab es unter Backhaus nur eine einzige. Im Spiel gegen Bocholt. Ansonsten ungeschlagen. Und wenn sie diese Leistung weiter durchziehen. Freddy Baum drin in der Partie für Basti Müller. Der hat einen Durchgang eins. Und dann haben durch ein, zwei. Fehlpässe aufgefallen ist. Das ist das schnelle 3 zu 0, Anton Heinz mit dem Doppelpack. Alemannia Aachen feiert Karneval auf dem Tivoli. Falls bei irgendeinem RWO-Fan Comeback-Hoffnungen aufgetreten sind. Spätestens jetzt sind sie erloschen durch diesen katastrophalen Fehlpass. RwO lädt ein. Und wieder ist es. Matona, Matona, Clodi, N'Giombo mit einem Fehlpass. Und dieser ist noch verheerender als der erste. 3 zu 0. Und Anton Heinz packt sich wieder an den Oberschenkel. Immer wieder. Ich glaube, so ganz ewig macht er nicht. Na gut. Mit seinem Doppelpack hat er auch bisher schon ordentlich soll erfüllt. Jetzt mal erstmal. RwO. Warum dann nochmal der Pass da ein zu einem Kreier, der Gegnerdruck hat. Backerts. 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 Backerts auf Benz und der Pfosten ist da auch noch mit bei. Na, von Donko hat er gar nicht so schlecht gemacht, weil er sieht den Mitspieler in der besseren Position, aber der muss den Ball dann direkt abschließen. Und da finde ich nochmal versuchen anzunehmen. Mit Glück RwO zum Anschlusstreffer. Struijic Unionen. Crashen ineinander. Und wer weiß, vielleicht ist das ja jetzt der Startschuss hier, dass doch noch was Fußball-Wundermäßiges passiert. Diese Liga ist so verrückt. Und wenn RwO es von alleine nicht schafft, gefährlich zum Torabschluss zu kommen, dann kriegen sie jetzt halt hier ein bisschen Hilfe. Stoppelkamp in manier eines klassischen Stürmers, der einfach wach ist, lauert. Und in dem Fall war es Christian März, der das Tor gemacht hat. Nächste kleinere Einladung. Gucken wir mal, was da passiert! Tor! Moritz Montag! Der Ball ist raus. Und dann gibt es den Blick auf die Uhr und den Abpfiff. Alemannia Aachen gewinnt gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3 zu 1 und festigt sich selbst oben an Tabellenplatz 1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlists! Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren! Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video! Ja, sag ich. Ja, alles gut.